Wusstest du schon, wo die Tiere in deinem Garten überall Sex haben? Legen wir direkt mit ein paar Tierarten los. Der Marienkäfer legt direkt dein Ort und Stelle los und ist überhaupt nicht fehlerisch. Die Hummel dagegen mag es gerne entspannt auf dem Boden und bevorzugt einen festen Untergrund. Und die Schmetterlinge, die haben das waghalsigste Lebensspiel. Sie treiben sich gerne in luftigen Höhen wie etwa ein Baumbüffel ab. Also drück das Plus weg, wenn du weitere Tiere wissen willst.